Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way, ups, die Kamera läuft, ich bin da mal weg. Und ich sollte vielleicht besser nicht singen. Ihr Lieben, es ist Weihnachten und HTS wäre nicht HTS, wenn wir nicht was zu verschenken hätten. Unter allen, die uns in die Kommentare ein weihnachtliches Hundebild posten, verlosen wir fünfmal den Film Konditionierung nach HTS und fünfmal den Film Führungswechsel, Führung abgeben. Das gesamte HTS-Team und ich wünschen euch von ganzem Herzen, auch unter den gegebenen Umständen, ruhige, besinnliche, friedliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Von dir auch. Und mach die Zipfelmütze nach vorne, damit du lustig aussiehst. Ja so. Damit ich lustig aussehe. Damn.